Hallo Freunde, ich begrüße euch mal zum ganz kurzen Video zu Bioshock. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Jedes Däumchen ist ein Träumchen. Über jedes Abo freue ich mich. Also das Video ist nur ein kurzes, aber ist gerade so eine spannende Stelle, dachte ich, die würde ich euch zeigen. Also das Spiel macht schon echt Spaß und und die Stelle finde ich halt besonders gut, darum wollte ich euch die zeigen. Ihr wisst ja, ich zeige nicht die ganzen Spiele komplett, weil jeder, der das noch spielen will, der will ja auch überrascht werden, aber ein paar Abschnitte zeige ich immer gerne mal, die mir so am besten gefallen. Ich finde das Schreien im Hintergrund so krass. Und ich hoffe, euch geht's allen gut in euren Familien. gerade jetzt in der Zeit und ich hoffe, euch ist nicht so langweilig. Also ich finde ehrlich, mir ist todlangweilig. Ich fahre ja auch gern Fahrrad, bin gern draußen viel. Aber das geht ja im Moment nicht. Hoffen wir einfach, dass die Zeit schnell rum ist, dass wir alle wieder rausgehen können. Ich habe hier damals schon den ersten Teil gespielt von früher. Den habe ich jetzt auch noch hier in der Collection, aber jetzt spiele ich ihn nicht mehr. Ich kann nicht mehr spielen, weil die Grafik... Ich bin absoluter Grafik-Liebling. Da ist mir die Grafik zu schlecht. Aber bei dem, das gefällt mir. agda! uin. Sind sie? Oh! 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 Also! Das ist eine absolut geile Stelle hier. Allein schon, wie schön die Stadt aussieht, so mitten im Himmel, die ganzen Häuser, die so einzeln auf Plattformen fliegen. Okay. Das war's jetzt gleich mit dem Video. Da verabschiede ich mich schon mal und wünsche euch viel Spaß mit dem Video und bleibt gesund. Dann macht's gut und habt noch einen schönen Abend. Ciao. Und wenn's euch gefallen hat, wollte ich nur sagen, Daumen hoch, jedes Däumchen ist ein Träumchen. Und natürlich über jedes Abo freue ich mich. Dann macht's gut. Ciao. Daumen hoch. 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 Daumen hoch.